was gehabt meine lieben freunde herzlich willkommen zu einem neuen video hier bei georgzwie freunde ich habe mit just nero noch mal geredet gehabt also wir machen noch mal miteinander geschrieben und ich habe ihn darauf angesprochen dass das letzte video was er hochgeladen hat über meis richtig richtig krank ist ich habe ihn gefragt ob ich darauf reagieren darf er hat mir gesagt ja klar reagiert darauf würde mich auch sehr interessieren so auf den und jan er ist ein richtig korrekter mensch den ich wirklich wirklich sehr ins herz geschlossen habe genau und wir reagieren jetzt auf das neue wieder von ihm es reicht meis verhaftung bedrohungen lügen unterschlagung und eine menge drama exposed also es coole bei dem ganzen video ist dass der liebe näher und nicht nur auf die thema spendengelder und das ganze eingeht sondern auf alles was wirklich maus getan hat weil der maus ein profi ist dass er wirklich sich herausredet deshalb bin ich wirklich sehr sehr gespannt meine lieben damen herren wir gleich ran so moin moin die überschlagung überschlagen sich die ereignisse enteignen sich die mäusung übermäusen sich oder so eigentlich dachte ich ja dass ich mit dem fall mäuse hat das war richtig cool am anfang das war so herr news time oder durch bin aber es ist ein bisschen was passiert ein bisschen viel wie das lesens mächtige am titel schon erkannt haben mögen langsam frage ich mich wirklich ob die da einfach alle nur noch besoffen sind das kannst du dir nicht ausdenken außerdem habe ich interessante informationen zugespielt bekommen und das nicht geradezu knapp wie das ende vom brot es wird heute nicht mal sonderlich um die spenden thematik gehen außer da kommen neue infos was ja hänge ich die an das ende vom video dazu habe ich eigentlich ansonsten das meiste schon gesagt was man sagen kann bei den sachen die gerade rundherum passieren haben wir mehr als genug gesprächsstoff los das finde ich nice also er geht jetzt nicht nur auf die spenden thematik ein sondern wirklich auf alles was maus gemacht hat was er immer wieder er versteht schon versteckt und so deshalb bin ich wirklich sehr sehr gespannt moys verhaftung waffen management und ne menge drama akt 1 moys wurde angeblich verhaftet im zuge eines treffens mit giano es gab gerüchte dass da eine waffe im spiel gewesen sein soll was schließlich in einer polizeirazzia im george hotel hamburg endete ganz plötzlich ist ein ominöses management aufgetaucht das sich schützen von moys wirft und alles regeln will die haben den instagram kanal von moys übernommen während der in haft sitzt mutmaßlich und geben jetzt dort in seinem namen statements ab ich bin laut einer menge anderen leuten diesen markt ich hole mir jetzt die premium freunde ich hole mir die premium versprochen diesem management g2w das wäre fast cool gewesen wenn zwei und wehe andersherum gestünden hätten finde ich persönlich ein paar sachen suspekt über die sprechen wir und dann machen wir den körper in die statements wo wir gerade über einen moneten kasper reden freunde wie oft habe ich euch schon erzählt dass ich krachend überfordert bin mit der finanzwelt aber gerade wenn es um den feinen taler geht okay das ist jetzt sponsoring ich das bringe ich mal sondern ich gehe weiter weiter mir kam es ja ein wenig merkwürdig vor dass dieses management urplötzlich aus dem nichts gekommen ist zufällig an dem tag an dem moys angeblich verhaftet wurde genau in dem zeitraum wurde der instagram kanal erstellt sie beschreiben sich selbst mit faires und kompetentes management wir suchen neue künstler ist das so seid ihr ein seriöses kompetentes management sucht ihr neue künstler oder ist das ein vorwand um authentischer zu wirken nur eine nachfrage mir ist bei dem logo aufgefallen dass das irgendwie seltsam aussieht der schriftzug kommt mir deplatziert vor im vergleich zur sonstigen optik die von schriftgröße farbwahl das passt einfach nicht vielleicht war ein stümperischer designer am werk vielleicht schickt aber auch mehr hinter ich habe das logo einfach mal gescreenshottet in mein bild editing programm gezogen und mit der pipette die hintergrundfarbe des logos kopiert mit dieser farbe habe ich dann die unpassende schrift übermalt weil ich einen verdacht hatte dieses bild habe ich dann durch tinei und google lernst gejagt dann habe ich mich gefragt was hat moys management mit dieser sportschule für eishockey in moskau zu tun wir sehen am obersten zahlen von diesem image die ausflassung genau wie auf diesem logo ich habe ein bisschen weiter recherchiert ein ähnliches image gab es mal im paket von adobe stock aber seit längerem bereits nicht mehr lauteni wird das von 26 unternehmen verwendet die zum allergrößten teil aus russland und kasachstan kommen also muss das ja einen ursprung haben und den habe ich auch gefunden dieses logo gibt es nämlich in ähnlicher form von blue vision auf shutterstock eine sache diga was für eine arbeit man also neru du bist krank bruder alter verwalter also krank ne alter ist also ich wusste gar nicht dass es so einfach geht ja mit so einer kiprogramm die ist das überspielen und fertig mir aber immer noch komisch vor wir sehen im bild diese ganz knapp erkennbaren dunkleren linien die sich relativ störend durch das bild ziehen diese linien gibt es so aktuell bei keinem von den 26 unternehmen eines davon hatte das früher mal aber das wurde relativ schnell gewechselt ich frage mich wieso die linien auf dem logo von der firma die das damals hatte verlaufen übrigens genau so wie bei moist management und beide haben einen weißen rahmen ich frage mich wie das kommt für mich persönlich sieht das aus wie ein wasserzeichen welches halt auf stock bildern drauf ist die man sich kaufen muss um sie eben ohne diese wasserzeichen zu bekommen damit sie nicht geklaut werden das könnt ihr euch vorstellen wie bei klamottenläden diese tinten dinger die da dran sind und wenn ihr versucht die sachen zu klauen und das abzumachen ist die kleidung halt versaut ich weiß nicht ob das immer noch so gemacht wird ich möchte an der stelle natürlich nicht unternehmen dass das logo einfach von dieser firma die ebenfalls diese wasserzeichen ähnlichen linien drauf hatte gemobst wurde es kann natürlich alles zufall sein aber guckt mal an wie ähnlich das ist das ist nur eine andere farbe auch hier ist der schriftzug einfach in der mitte das zahnrad hier auch das da ist genau ähnlich merkt ihr das alles ist eins zu eins auch hier da halt nicht bezahltes image aber da kann man ja zur not immer noch den designer vor dem busch meißen was kompetentes management würde sowas auf jeden fall machen so ein anfängerfehler würde natürlich kein management das sich selbst als kompetent bezeichnet machen sowas kann mal passieren wenn man ganz schnell schnell machen muss das in kombination mit dem plötzlich aus dem boden sprießen ist halt so ein wenig sass sag ich mal ich habe mir übrigens von kaiser weil kaiser mir das mit kai gemacht hat acht besser aussehende logos in zwei minuten erstellen lassen können wir mal kurz drüber reden dass die kai es wirklich geschafft hat in jeder version management auf eine andere art falsch zu schreiben aber krank liebe grüße an kaiser auch noch aber krank wurde ja für das ausschaut aber überall steht management falsch aber die logos sind echt nices sieht besser aus als das von 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 maus na magamt punkt g2w mage mann managamt dauert wohl doch noch ein bisschen bis die kai übernimmt eigentlich wollte ich eine seriöse anfrage an das management stellen was dazu halt gesagt wird einfach bitte um stellungnahme nur leider fehlt der kontakt abgesehen von instagram die ms der müsste angegeben sein wo wir gerade dabei sind frage ich mich außerdem wo sind die für das management verpflichtenden angaben gemäß paragraf 5 tmg wo ist die umsatzsteuer id gemäß paragraf 27a umsatzsteuergesetz wer ist verantwortlich habt ihr keine gestellte plattform der europäischen kommission zur online streitbeteiligung manche sachen davon sollte man haben andere wiederum muss man haben ab der sekunde wo man in einem rahmen tätig wird der mit geschäftlichen aktivitäten zu tun hat im unternehmensregister habe ich leider auch nichts zum management gefunden genauso wenig haben meine recherchen beim patent und markenamt ergeben jetzt fehlt nur noch dass die statements rhetorisch eher wirken als wären sie von einem passiv aggressiven 19-jährigen verfasst worden gleich mehr dazu hat das einfach der kumpel von maus geschrieben nach dem motto hier handy mach insta für mich insgesamt beweist das abgesehen davon dass das management hat maximal unseriös rüber kommt überhaupt nichts aber es ist halt alles super komisch und verwirrend diese ganze geschichte begann mit einem weiteren statement von maus und seinem kumpel die saßen zusammen in einem hotel in hamburg und haben angekündigt dass es ein treffen geben wird mit allen beweisen alles wird auf den tisch gepackt oder ich bin in hamburg was mich erstmal hamburg fertig werden ich drehe gerade euer video mit den spenden und alles weil ich möchte diese herrschaften auch zu wort stellen vielleicht das wird sehr interessant xxl video es wird auch sehr unterhaltsam das hat übrigens meine lieblingsinfluencerin auch des öfteren so angekündigt ich sehe parallelen hört sich viel ah war das gerade alina bachmann oder wer war das sprechen dann bis dann plötzlich ein video von marik alleine auftauchte was ich da zu hören bekommen habe war unerwartet schauen wir rein große bestie am himmels zelt höre den ruf aus der schatten welt steig aus der kugel ich brauche dich schnell äh falscher mari scheiße ich sehe gerade der heißt malik ach egal das min bleibt wo es ist daran wird hier nichts gerüttelt chinos vater hat versprochen dass es ein treffen gibt und er moise dabei haben will beide seiten sollten ihre beweise bringen und moise hatte alles dabei stattdessen ist chino gar nicht beim treffen aufgetaucht und ruft die polizei und es kommt eine große lk-razie im hotel mein onkel und moise wurden daraufhin sofort festgenommen macht angeblich einer der recht hat sowas es waren alles lügen und er will fame mit seinen lügen erreichen das macht er schon immer aus respekt vor seinem vater ist moise und mein onkel extra nach hamburg gekommen malik stellt die frage macht jemand der im recht ist sowas sprich chieno ich würde eher sagen sowas macht jemand der angst hat wovor auch immer ich frage mich an der stelle warum wurden die beiden denn umgehend festgenommen das wirst du ja in der regel nicht ohne grund so ist es und das habe ich auch sehr oft in den videos gesagt es muss ja einen grund geben man kann ja nicht einfach einen nehmen einfach so das verfahren voraussetzungen dafür sind ein vorliegender haftbefehl der verdacht einer straftat das muss in dem fall aber konkret bewiesen werden können oder halt auf wirklich vernünftige und strenge annahmen beruhen möglichkeit drei fluchtgefahr um einer strafverfolgung zu umgehen viertens gefahr für die öffentliche sicherheit grund fünf in seltenen fällen darf eine person vorübergehend aufgrund von ermittlungen festgenommen werden oder zu guter letzt festnahme auf frischer tat selbst erklärend ich frage mich an der stelle also warum wurden die denn direkt festgenommen was ist da los an der stelle hat sich das management von moys eingeschalten und über ihren sowie seinen account stories gepostet management g2w ist euer ansprechpartner rund um das aktuelle thema der verhaftung und wir bitten dort um eure hilfe da wir noch beweismaterial für die fehlhaftung benötigen diese vom george hotel zu bekommen sind bisher gescheitert komisch unsere anwälte sind eingeschaltet und wir werden zu dieser thematik vorerst auch nichts mehr preis geben ein satz später sie geben doch noch mehr preis was wir bestätigen ist die verhaftung und dass es rein gar nichts mit waffen oder jeglicher ab was die hintergründe waren ein geplantes friedliches treffen in welchem auch lügen über die spendengelder aufgedeckt werden sollte zum thema friedlich habe ich gleich übrigens noch was für euch ich verstehe das irgendwie nicht ganz es wäre halt so einfach das nachzuweisen warum wird das und brimborium mit treffen und so weiter veranstaltet das ist super unnötig für die beweis lieferung für ja das stimmt auch wieder alleine schon die der statement das auch das management hier verfasst hat management ist sehr sehr ist sehr sehr unseriös wirklich aus alleine schon das mit dem loge jetzt was er bewiesen hat und das ganze du hast du es komplett zerstört ja also wir nennen jetzt das video offiziell nach diesem video wirst du meis hassen das format wird wieder ins leben gerufen das habe ich jetzt ein jahr lang oder zwei jahre lang nicht mehr ins leben gerufen das wird mit diesem video wir werden ins leben gerufen daumen nach oben dafür man natürlich immer noch die unschuldsvermutung bis das gegenteil bewiesen ist man kann aber einfach nicht leugnen dass der kerl sich super unklug angestellt hat dass leute das etwas doller hinterfragen sage ich mal aber wo wir gerade dabei sind das mutmaßliche management hat auch was zur beleidigungstirade geschrieben was uns ebenfalls wichtig ist zu erwähnen unser künstler meis hatte eine schwere zeit wegen den vorwürfen ja sollten die vorwürfe unwahr sein kann ich das ja voll verstehen und hat sich im affekt dann auch verbal zu euren kommentaren geäußert er hat sich also sprachlich dazu egal ich füge dieses mal keine kirchen ausnahmsweise ich sag mal eine tote mutter so zu beschimpfen und als die ja das habe ich gesehen mit barry spitz übrigens postet bis heute barry spitz auf instagram ansagen an meis weil die mutter von barry spitz also von barry selber ist ja leider verstorben und warte ich hatte den kommentar nicht gefunden weil da wollte ich dazu ein video machen ja geschehen bruder geh zu deinem geh zu einem hotscher und lass den djinn aus dir entfernen an und für sich jetzt nicht eine extremst beleidigende ein beleidigender kommentar daraufhin kommentiert meis der ist nur in deiner mutter du haarpunkt der seit sechs jahren privat bläst und sagt pick meine bits die traurige kleine warte dich sehe ich noch irgendwo krank zu bezeichnen naja da sollte sich meis meiner meinung nach auch noch mal persönlich barbarisch entschuldigen jedoch bitten wir auch die umstände hier zu berücksichtigen und die akteure die es provoziert haben sollen sich nicht in die opferrolle versetzen sie haben sich in erster linie falsch verhalten ja gut aber auch die leute die meis zugesprochen haben wurden teilweise gottlos runter beleidigt ich nicht nur das nero nicht nur das es wurden kommentare gepostet wo leute sich eigentlich theoretische sorgen gemacht haben und gesagt haben bruder geht ich untersuchen geht dies geht das machen und die erst gleich auf die mutter und auf deren vater und auf deren keine ahnung was gegangen und hat die zu tote beleidigt wo man sich dachte es war nicht so dass die anderen angefangen haben sondern er von sich selbst aus hat alle beleidigt und alles getan was in seiner macht war um die komplett zu vernichten digga nur ich mir denke doch sag doch danke digga genau diese menschen die gerade diese kommentare posten haben dich eine zeit lang gesupportet dafür zu haben dafür gesorgt dass du relevanz hast die gar ohne ohne menschen ohne eine community ohne klicks ohne all dem hat man keine relevanz im internet verschieden was ich meine ist doch so einfach mal zusammen entschuldigung dass er das gemacht hat aber selber schuld ihr habt das mit eurem verhalten verantwortet sag mal t-tech bist du der manager von moise so viel stand dritter vierter zum management eine sache habe ich aber noch wenn moise wirklich im knast ist und ihr erst nach der verhaftung seinen account übernommen habt und da zugriff bekommen habt wie normalerweise wenn irgendwas im raum steht und man festgenommen wird wandert man nicht mit handy ein das wird einem in der regel abgenommen moise hat doch schon mal vorgetäuscht im knast zu sein wie seid ihr durch seine zwei faktor authentifizierung gekommen die man mit dem handy bestätigen muss man könnte sich jetzt fragen hat er überhaupt zwei faktoren ja auf youtube sowie instagram ich kann nicht immer youtube weil es gibt zwei auto zertifizierung du musst bestätigen und youtube ist so illuminati wenn du da reinkommen willst du weißt man alleine dieses bestätigt dass du kein roboter bist und so er kommt und gibt mir einfach einen job wisst ihr was passiert ist ich habe bis heute kein zugriff bis heute nicht youtube kam ich nur rein weil maestro eingeloggt worden das bestätigen konnte und das ging auch nur nach einem monat okay und jetzt das ding erst ankommt und geht mit dem job upsie frage zwei wenn dieser malik wirklich moise neffe sein soll von wem ist er der sohn es wäre mir neu dass irgendein bruder oder so von ihm ein kind in dem alter hat frage drei die rede war vom george hotel in hamburg dort soll moise während einer riesigen razzia festgenommen worden sein hier haben wir die aufnahmen vom polizeieinsatz wir prägen uns die gegend mal ganz genau ein eingekreist sind dieser stein oder was auch immer das ist das leuchtende nein darum macht das jetzt nicht wieder macht das bitte jetzt nicht jetzt kommen die ganzen fakten raus die jetzt jetzt hat ein komplett hops genommen ich fühl's ich fühl's gilt das weiße schild daneben mit dem schwarzen schriftzug und die laterne hier haben wir den ort des einsatz bei tag wir sehen die schilder den stein die laterne ebenfalls sehen wir das blutspende zentrum neben dem europa haus nein digga nein nein ich spür's digga jetzt kommt die zerstörung folgen wir dieser straße noch ein wenig sehen wir diese beiden türme jetzt auch besser eine edgy seite von mir wollte gerade einen dummen witz machen in diesen türmen ist eine orthopädische privatpraxis massenberger straße in vier vier sieben neun sieben bochum das ist ein völlig anderer polizeieinsatz gewesen warum lügt ihr denn schon wieder so drei oh mein gott digga oh mein gott das war nicht mal hamburg das war das war bochum digga meist du lügner digga oh mein gott was hätten wir ohne dich gemacht nero digga du elendiger lügner digga oh mein gott oh mein gott man oh mein gott drum die umgebung von george hotel in hamburg sieht so aus die ganze geschichte ist also von vorne bis hinten erstunken und erlogen wer das mit der festnahme immer noch glaubt ist doch einfach nur auf den kopf gefallen oder will halt verarscht werden wenn die das weiter abstreiten kann ich gerne jedes einzelne gebäude auf diesen festnahme video benennen mit adresse und angenommen ihr beharrt darauf dass er festgenommen wurde postet doch wenn er frei wird einfach mal den entlassungsschein der immer ausgestellt wird weil das system hat langsamer arbeitet das wird ausgestellt damit es nicht fälschlicherweise zu einer weiteren festnahme kommt weil die freilassung nicht schnell genug als aktueller status registriert wird und außerdem wenn in hamburg eine polizeiliche riesenrazzia mit sek wegen eines bewaffneten stattfindet angeblich das war ja der vorwand warum hat nicht ein einziges medium darüber berichtet man findet davon gar nichts es gibt blaulicht reports wegen jedem furz und noch so kleinen einsatz soviel dazu Also Nero ich sag ehrlich Hut ab Hut ab ich sag dir ehrlich du hast ihn auseinander genommen ich sag's ehrlich Du hast ihn auseinander genommen Auseinander Auseinander genommen Mir ist grad so ein bisschen ne Ader im Auge geplatzt Maestro hat mir privat und auch öffentlich einige unschöne Dinge offenbart Was sehe ich da? Eine Story von Moys Account Das ist gerade der Mount Everest Gipfel der Ekelhaftigkeit mit Kirsche obendrauf Wir schauen uns zunächst einmal die Story vom 4.4. an Moys schreibt zum Video von Maestro über Anfeindungen seiner Frau und Familie gegenüber Sehr wichtig und richtig Bitte reflektiert einmal was Maestro hier erzählt und verinnerlicht die Aussagen und die Lehren daraus Weiterhin alles Gute und nur das Beste an Maestro und seine wundervolle Familie Ok schöne Message Aber was sollen dann die Bedrohungen hinten rum Warum wird hinter den Fassaden sowohl Maestro als auch seine Familie bedroht von Moys Entourage Laut Maestros Aussage Er schrieb vorher folgendes Menschen aus dem Umfeld von Moys versuchen mich und meine Familie zu bedrohen Mich einzuschüchtern Dass man zu mir nach Hause kommen wird etc. Der Grund dafür ist, dass ich mich weigere ein von ihnen vorgeschriebenes Statement zugunsten von Moys zu posten Dieses Statement war übrigens komplett voll mit Lügen Die wollten Maestro dazu zwingen für Moys zu lügen Warum? Der hat weder was mit der ganzen Situation noch mit Moys was zu tun gerade Ich habe mehrfach gesagt, ich habe mit dem Thema abgeschlossen und habe nichts mehr damit zu tun Ich will mich auch nicht mehr reinziehen lassen Ich habe gerade meine Umrah hinter mir Das ist glaube ich die Pilgerfahrt nach Mekka Da wo die Kabah steht Und es ist der Monat Ramadan, wo man versucht mich damit einzuschüchtern und zu bedrohen Dass man zu mir nach Hause kommt, wo meine Frau und mein Kind wohnen Im Ramadan soll man keinen Streit und Stress anfangen Das ist in der Religion eine wichtige Regelung Weil sonst glaube ich das Fasten ungültig wird Zumindest wird es so von einigen aufgefasst Habe ich mir erzählen lassen Weiter im Text Und das obwohl ich trotz noch so vielen Dingen, die ihr nicht wisst, meinen Mund gehalten Mit allem abgeschlossen und den friedlichen Weg eingeschlagen habe Das kann ich übrigens bestätigen Maestro könnte Mois, wenn er wollte, vollständig vernichten Also komplett Da gehe ich aber einfach mal nicht zu tief ins Detail Des Weiteren postet Maestro einen Chatverlauf Ich glaube, der Nero hat von Maestro einiges erfahren Was jetzt auch der Nero mittlerweile weiß Wo man theoretisch Mois komplett auseinandernehmen würde Ich selber habe einige Nachrichten bekommen von Leuten, die ihm gesagt haben Dies und das, die auch mal mit Mois gearbeitet haben Ich will deren Namen jetzt auch nicht exposen Aber die haben mir auch Fotos zugeschickt, wo sie mit ihm zusammen waren Oder Links von YouTube-Videos von Mois, wo sie zu sehen waren Und die haben mir auch Sachen erzählt und gesagt, dass alles weiß der Maestro Würde es er aber sagen, würde er Mois komplett hops nehmen und auseinandernehmen Und dann ist Mois sozusagen komplett weg Aber er würde das nicht wollen Und nicht nur das, er wäre auch wahrscheinlich in Gefahr, sagt man Ich weiß nicht Also das sind so Sachen, die mir immer wieder zugesendet werden Vom freundlichen Management Ich trage vor, das freundliche Management Nachdem es schon zuvor mittags am Telefon hieß Wir wissen, wo du wohnst Und du willst doch nicht, dass ich plötzlich vor deiner Tür stehe Im Chatverlauf sehen wir, dass Maestro zweimal drum gebeten hat Einfach in Ruhe gelassen zu werden Und trotzdem haben die zweimal angekündigt Bei ihm zu Hause aufzuschlagen Dazu schreibt er noch Schämt ihr euch nicht? Letztes Jahr, vier Tage nach der Geburt meines Sohns Kam der Diss von Mois Plus das tagelange Gerede auf TikTok Ein Jahr später wieder im Ramadan Fünf Tage nach seinem ersten Geburtstag Wieder dieselbe Scheiße Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist Dass ich ein paar der schlimmsten Dinge nicht mal erzählt habe So Maestro Ich weiß nicht, ob Mois weiß, dass ihr gerade jemanden bedroht Der aus Anstand vieles weggelassen hat Ich versuche es ein letztes Mal Bitte bringt mich nicht dazu Lasst mich und meine Familie in Ruhe Ich will nichts mit euch zu tun haben Wie gesagt, weiß ich, dass Maestro einiges einfach nicht gedroppt hat Weil er einfach nur in Frieden existieren möchte Beim letzten Mal hat er ja auch super lange gewartet Bis er ausgepackt hat Was so zum Teil alles vorgefallen ist Weil er sich einfach nicht anders zu helfen wusste Von sich aus wäre er mit dem Unrecht, das ihm angetan wurde Nicht an die Öffentlichkeit gegangen Er war die ganze Zeit ruhig Während Mois gegen ihn geschossen hat Obwohl Mois da im Unrecht war Ich habe mit Maestro diesbezüglich halt hin und her geschrieben Und er hat mich gebeten Noch mal im Video zu betonen Dass er ab jetzt wirklich einfach gänzlich daraus gelassen werden möchte Der hat und will damit einfach nichts zu tun haben Weder mit Mois Noch mit Chieno oder sonst wem aus dem Umfeld Ich checke halt wirklich nicht Warum ausgerechnet er sich positiv, falsch positiv dazu äußern soll Nur weil er Mois die Ehre mit seinem Video damals gefandet hat Soviel dazu Nächstes Thema Krank, 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 auch krank Ich wusste gar nicht, dass Nero und Maestro miteinander Kontakt haben Aber ich glaube das, was der Maestro haben will Ist einfach nur nichts mehr mit Mois zu tun haben Und sein eigenes Ding durchziehen Obwohl ich mir gerade denke Würde Maestro die neuen Sachen auspacken Würde er viel Hype generieren Die Leute würden ihn lieben, feiern Und das Ganze Weil er verzichtet auf das Ganze Um auf seine Familie und auch auf sich selbst zu achten Und das ist viel Respekt Viel Respekt Nicht viele würden das machen, was er gemacht hat Also wirklich großen Respekt Und großen Lob an dich, Maestro Ihr erinnert euch doch bestimmt an das 20.000 Euro Portemonnaie Welches verlost werden sollte Kurze Auffrischung Was ist denn das? Stand jetzt Ist das Teil bei mir? Und zwar Hier könnt ihr das sehen Es ist bei mir Gelandet das Teil bei mir ist die Frage Ja, hm Gute Frage Ich kann euch das beantworten Und zwar Du brauchst das Video nicht verlinken, Nero Weil das Video mittlerweile eh schon runtergenommen wurde Also das Video findet man gar nicht auf YouTube So, dass dieser Typ mich darum angebettet hat Dass ich ihm das abkaufe Weil er kein Geld hat Wenn er ist broke Und Ich dachte mir so Ich habe ihn mehrmals gefragt Bist du sicher, dass du mir das verkaufen willst und sowas Und er hat mir das ganze Zeit so aufgedrängt Dass ich ihm das abkaufen soll Der Chef von der Firma hat mein Video gesehen Und mir geschrieben Es ging so ein bisschen hin und her Wir haben dann auch telefoniert Und ich habe einige wirklich interessante Infos bekommen Da die Rendermühle hinter meinen Augen Eine Leistungskapazität Im Bereich Informationen im Gedächtnis abspeichern Auf dem Level eines PCs Baujahr 1900 Zwieback hat Bat ich darum Mir das doch einfach nochmal schriftlich Für das Video hier festzuhalten Gesagt, getan Infos vorab Die Kooperation von iClip und Mois Began bereits 2022 Noch vor dem Maestro Video Vor den aktuellen Skandalen Mois war da öffentlich Zumindest noch komplett clean iClip kann man also keinen Strick daraus drehen Dass die mit Mois zusammengearbeitet haben Die wussten nicht, worauf sie sich da einlassen Dennoch schrieb mir der Chef dazu Natürlich müssen auch wir uns kritisch fragen lassen Warum wir überhaupt mit ihm zusammengearbeitet haben Klar Okay Stets im Gespräch zu bleiben Und die ersten Aktionen waren sogar recht erfolgreich Ist nur logisch Influencer Marketing ist halt im Social Media Zeitalter Unglaublich lukrativ Statt Geld erhielt Mois damals 50 eigens für iClip geprägte 1 Gramm Gold Barren Da war auch noch alles gut und Mois hielt Wort Er war ja für seine Verschenkt-Videos halt bekannt Dafür wurden die Barren übergeben Übrigens hat Mois ja letztens in seinem komischen 5-Minuten-Statement Damit geprahlt, wie viel Geld er ja verschenkt hat Dabei erwähnt er allerdings nicht Dass er einen nicht zu vernachlässigen Teil geschenkt bekommen hat Unter anderem von Unternehmen, die er dafür auch bewirbt Upsi Generell ist das ja so Wenn er in einem Video 100 Euro verschenkt Ist das ja cool Aber er verdient damit ja weitaus mehr als er verschenkt hat Da kann man sich doch einfach mal auf die Fahne schreiben Wie selbstlos und spendabel man doch ist, wa? Mhm, genau so läuft's Da geht sein Oh, ich hab 4,5 Millionen verschenkt Aus seinem 5-Minuten-Statement nicht so ganz auf Sollte die Summe wieder erwarten, doch stimmen Kann man höchstens sagen Du hast den größten Teil von Unternehmen zur Verfügung gestellter Warenwerte Dich gänzlich hinterzogen Ja, kannst du ja mitprallen Jedenfalls hielt er tatsächlich Wort Und hat damals 2 Videos gemacht In denen er die 1 Gramm Gold Barren weggegeben hat Ich gebe dir 1 Gramm Gold, wenn du mich zum Lachen bringst Oder Videos wie Nimmst du von mir 1 Gramm Gold Oder soll ich dem nächsten doppelt geben Typische Mois-Videos halt Die Kooperation zwischen iClip und Mois verlief soweit super Sowohl für das Unternehmen als auch für Mois Dann gab es erstmal einige Monate keinen Kontakt Plötzlich kam der Anruf, in dem verkündet wurde Er steht so gut wie vor der Tür und würde sie gleich besuchen Sobald er da war, plante er mit iClip einen großen Auftritt So der Chef Ein Gewinnspiel mit einem dicken Preis Ein iClip aus massiven 750er Gold im Wert von 20.000 Euro Jetzt wird's spannend, Digga, jetzt wird's spannend Okay, okay, okay Das sind solche Insider-Infos, die Nero einfach rausgeholt hat Das ist richtig heftig, ne? Noch aus Schienos Video Im Nachhinein ärgert sich die Firma übrigens darüber, weil sie eigentlich eher auf Minimalismus setzen Und mit dem Gold-Portmoney genau das Gegenteil von ihrem Image nach außen getragen haben Ich zitiere wortgenau Wir selbst haben in 10 Jahren über 50 Gewinnspiele veranstaltet Und in allen Gewinnspielen gab es die versprochenen Gewinner Jetzt die Blamage Jetzt wurde gemoist Mois hat zwar ein erstes Video gemacht Zwei Videos waren vertraglich vereinbart Indem er Mitspieler bzw. Kandidaten für das Gewinnspiel gesucht hatte Doch dann haben wir lange, lange nichts von ihm gehört Er war nicht erreichbar Es ist längst die Frist verstrichen Innerhalb der das zweite Video mit dieser Ausspielung von den 20.000 Euro iClip Portemonnaie hätte kommen sollen In Anbetracht, dass das erste Mal nicht so dumm lief und Mois für die Erdbebenopfer gesammelt hat Hat das Unternehmen erstmal abgewartet iClip ist da quasi mit Good Faith rangegangen Die dachten sich, ja der wird was zu tun haben Der macht sicher gerade irgendwas Gutes Und jetzt wird's brisant Ich muss sagen Richter korrekt übrigens von der Firma, dass sie sich auch geduldet hat Andere Firmen würden da gleichrechtliche Wege einschreiten Da haben sie aber gesagt Ne, wir warten mal ab Vielleicht hat er gerade dies und das zu tun Wir warten mal ab So ist richtig korrekt auch gewesen Nachdem ich das gehört habe, frage ich mich ernsthaft Alter, Cieno, bist du knüppeldämlich? Was hast du dir denn dabei gedacht? Weiter im Text Bis Cieno mit seinem Türkei-Spenden-Statement-Video herauskam Cieno hielt als Beweis für seine Glaubhaftigkeit eine unrechtmäßig angeeignete Sache iClip gold Seriennummer 5 von 15 in die Kamera In dem Video gibt Cieno zu, dass er wusste, dass Mois sich diesen iClip mit einzigartiger Seriennummer unrechtmäßig angeeignet hat Ihr wisst was das heißt Klingelt es langsam Danach hat er uns noch per Insta angeschrieben und uns den Gold iClip zum Verkauf angeboten Ich, also dieses Wirklich jetzt? Wirklich? Was? Nee, 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 nee Nee, nee, nee Alter, was? Ehrlich? Was der unsäglichen Volltrotteligkeit Passt auf keine Sonnenoberfläche mehr drauf Das ist das Dümmste, was ich seit nem nicht zu kurzen Zeitraum hören musste Ich lese vor Wenn aber etwas gestohlen oder unterschlagen ist, kann ich nicht rechtmäßiger Besitzer einer Sache werden Richtig, Cieno hat sich damit wohl der Hehlerei schuldig gemacht Das vor der Kamera zuzugeben, ohne rot zu werden und kein schlechtes Gewissen dabei zu haben Dann auch noch die Dreistigkeit zu besitzen, den rechtmäßigen Eigentümer der gestohlenen Ware zu fragen, ob er das nicht zurückkaufen möchte Eieiei Also das ist echt, das ist echt dumm Also wirklich Also das wusste ich auch ehrlich gesagt nicht, muss ich dazu sagen, das ist krank Aber Cieno, ich weiß ja, was mit dir los ist, aber das ist eine Straftat, was du eigentlich gerade zugegeben hast, ne? Cieno, du denkst auch nur so weit, wie du Waschmaschinen mit nem kleinen Finger werfen kannst, oder? Wir reden da von nem Strafrahmen, der bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe geht iClip schreibt Er hatte wohl nicht mal ein schlechtes Gewissen Obwohl er wusste, dass der iClip verlost werden sollte Dass das Ding erst den Eigentümer wechselt, wenn Mois das zweite Video veröffentlicht hat und es verlost wurde Und dann auch an den Gewinner der Verlosung und nicht an Mois Und Mois seine Fans und auch uns hintergangen hat Wir haben also gegen die beiden Herrschaften, Mois wegen Unterschlagung und gegen Cieno wegen Hehlerei Strafanzeige gestellt Oh, 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 okay Es wurde eine Anzeige gegen Mois wegen Unterschlagung und Cieno gegen Hehlerei erstellt Oh mein Gott, Digga Seht ihr? So ist das Leben, Mann, what the hell Aber ehrlich, sowas kann man auch nicht machen Sowas kann man einfach nicht machen Jetzt bleibt die Frage offen, ob das Ding bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt werden kann Es handelt sich, wie gesagt, um die Serie Nummer 5 von 15 Das Unternehmen hat noch beschrieben, Hinweise, die zur Rückführung des Objekts führen Also zurück in den rechtmäßigen Besitz von iClip werden mit 5000 Euro belohnt 5.000 Euro, meine lieben Damen und Herren Der weiß, wo dieser iClip ist, ne? 5.000 Euro Belohnung, Mann Da seht ihr, wie krank das ist, ne? Weil das Ding kostet auch 20.000 Das war sensationell dämlich Ich weiß wirklich nicht, was die beiden sich dabei gedacht haben Ich muss an der Stelle sagen, Cieno ist alles andere als ein Unschuldslamm Ich frag mich an der Stelle übrigens wirklich, ob Cieno das überhaupt öffentlich gemacht hätte, wenn Mois seine Schulden bei ihm bezahlt hätte Ich könnte mir halt vorstellen, dass er es wirklich sonst einfach für sich behalten hätte und weiter mit ihm gemeinsame Sache gemacht hätte Sofern seine Vorwürfe halt überhaupt der Wahrheit entsprechen, das wissen wir ja immer noch nicht Die ganze Geschichte ist einfach übel verworren und ich muss sagen, ich traue wirklich keinem der ganzen Truppe auch nur 1cm über den Weg Irgendwas ist da einfach gewaltig faul So, das geplante Video ist eigentlich an der Stelle zu Ende Ich hab ja gesagt, wenn es was Neues gibt, insbesondere von dem Management, halte ich euch hier auf dem Laufenden Entweder tschüss oder bis gleich! Ja, soviel dazu Ich hasse es, Videos fragmentiert aufzunehmen, insbesondere wenn halt stündlich neue Infos reinkommen Das ist zusammen mit dem Shady Post von Mois zu Maestro gedroppt worden, ich hab das allerdings nicht gesehen Das mit Maestro wurde mir halt in erster Linie zugespielt und ich hab da mit ihm direkt Kontakt gehabt Ich will doch einfach nur fertig werden Das Management von Mois hat über Mois Account etwas zu der Spendenthematik gepostet, was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte Liebe Community, morgen Abend wird Klarheit über die aktuelle Lage, sowie den weiteren Werdegang und den ganzen Vorwürfen geschaffen Bitte nicht Das heißt Also das heißt, eigentlich wäre Just Narrow mit dem ganzen fertig geworden Aber er musste dann einfach noch weiter ein Stück dazu hängen, wenn noch was dazu passiert ist Morgen sitze ich wieder hier Wunderbar Ja, Vertrauen nach den ganzen Moves? War aber nicht so Die Situation war und ist einfach immer noch sehr komplex Ja, ne, eigentlich überhaupt nicht Eine Aufnahme von Auszahlungen reicht Ich mein, wenn's aufs Bankkonto transferiert wurde, dann zeig doch zensierte Kontoauszüge Naja, äh, weiter Die Situation war und ist einfach sehr komplex und musste aus juristischen Gründen sehr sensibel behandelt werden Deswegen konnten wir nicht alles sofort rausgeben oder veröffentlichen Das wird sich morgen aber ändern Wie sich Sufians Meinung auf einmal geändert hat? Ja, wie kommt das? Äh, egal Das ergibt irgendwie nicht sonderlich viel Sinn Wenn es doch aus juristischen Gründen nicht gepostet wurde, ist es dann morgen auf juristischer Ebene geklärt oder wie darf man das jetzt verstehen? Als nächstes folgt ein Screenshot von PayPal Die Aussage ist, die Spenden lagen weit unter 110.000 Euro und den Rest hat Moise aus eigener Tasche bezahlt Er sagte ja in dem 5-Minuten-Statement und doppelte und dreifach Ja, bin ich immer gespannt Ich geh einfach mal davon aus, dass damit die angeblichen 40-50 LKWs gemeint waren, die nicht gefilmt wurden aus irgendeinem Grund und auch nicht fotografiert Ich würde dafür ehrlich gesagt handfeste Beweise sehen wollen Auf dem Screenshot sehen wir eine Summe auf PayPal, das Datum und dass das Konto noch nicht fertig eingerichtet wurde Mehr nicht, nicht von wem das Konto ist und sonst auch irgendwie gar nichts Es könnte also quasi von jedem sein Das ist irgendwie bis jetzt nichts sonderlich brauchbares Wie gesagt, wir sehen nicht, ob das von Moise ist Es könnte halt sonst was sein Ich hoffe einfach, da kommt noch mehr und es wird wirklich Klarheit geschaffen Ich würde mich tatsächlich freuen und wie gesagt auch ein Video machen, in dem ich mich entschuldige und die ganze Sache nochmal herausstelle, dass Moise unschuldig war Ich bin bereit, seinen Ruf dahingehend zu bereinigen, wenn es denn glaubhaft gemacht werden kann Und das sehen wir ja dann Das nächste Update Ich habe gerade ein Screenshot von Moises Video mit ausgelesenen Metadaten zugeschickt bekommen Das hat irgendeine Meme-Seite erstellt, gerne einmal bei mir melden, dann gebe ich Credits, ich finde euch leider nicht mehr In ihrem Post mit dem PP-Screenshot sehen wir ja den Betrag von 16.000 In diesem Kontext wollen wir Das war der Instagram-Account Abo Intellectuella Übrigens Nero, damit du Bescheid weißt Damit ausdrücken, was sie auch noch dazu geschrieben haben Dazu habe ich nämlich eine YouTube-Video auch gemacht Das ist ja weit weniger, als diese 100.000 waren Hier, guck mal, nur 16.000 Ja, 16.000 nach einer Stunde 48 Es gibt übrigens auch irgendwie verschiedene PayPal-Adressen Unter dem Erdbeben-Video war das Slash Moise Unsale Unter einem anderen Video, ich nehme einfach mal das Video, nimm eine Kreditkarte und heb ab, so viel du willst Gänsehaut Darunter ist die Adresse Slash Unsale Insgesamt komplett kryptisch Na, zurück zum Screenshot Wir sehen auf dem Video, dass es um 21.05 Uhr und 23 Sekunden gepostet wurde Der Screenshot von den 16.400 Euro ist um 22.53 Uhr gemacht worden Knüppeldumm Das schadet halt eher und beweist noch weniger, als es sowieso bewiesen hätte Das ist gänzlich wertlos Wenn da nichts Vernünftiges mehr kommt Keine Ahnung Warten wir ab Wenn das Video hier endet, dann kam nichts mehr Update Es ist zu viel passiert Vor allem ist es super undurchsichtig Ja Ja Es wurde jetzt jemand anderes vor den Bus geschmissen Das alles aufzudröseln, hätte nicht mehr hingehauen Weil es wahrscheinlich genauso lang gehen würde, wie dieses Video eh schon ist Äh, wenn nicht sogar länger Vielleicht mache ich das irgendwann Oder jemand anderes und ich verlinke es oder so Weiß ich noch nicht Äh, ich hoffe euch hat das Video auf jeden Fall gefallen Und tschüss Ja Ja Es ist viel zu viel Ich weiß Nero Wie viele Videos ich alleine schon über Mäus gemacht habe Wie viele Themen da gibt es Es ist ultra krank Krank, krank, krank Also starkes Video Es ist ultra krank Geh jetzt auf Jimno.de und hol dir deine Webseite für Ist richtig krank Also Freunde Credits gehen raus an Nero Folgt seinen YouTube Account Wenn natürlich einige mein Video sehen würden Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr auch mich auf meinem YouTube Kanal supportet und mich abonniert Wir steuern auf die 28.000 Abonnenten zu Danke für jeden, der noch dran geblieben ist Wir sehen uns im nächsten Video Wenn es wieder mal heißt Egyptian ist der Lillus Peace Freunde